Ding Dong! Und einen wunderschönen Hakuna, meine Tatas. Muchachos, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute wieder legendär Arc Ascended. Vielen, vielen Dank erstmal für euer ganzes Feedback. Darauf gehen wir später ein. Erst einmal begrüße ich den lieben Deko, einen wunderschönen... Oh, Stoller, Mahalo Muchachos. Schön, dass ihr am Start seid. Hello. Ähm, ich hab, by the way, ich hab grad ne Schatzkarte gefunden. Schatzkarte? Ja. Okay. Gram Shackle Treasure Cache Map. Use to ping the location of buried treasure. Have this in your inventory when you dig. Use to reveal coordinates. Digga, was? Aber, also, hast du das einfach drin gehabt, oder was? Nee, ich, hier sind noch irgendwelche Taschen von, ich glaub, hier war es drin, was ist das? Chesteran? Decompose in Item Cache? Nee, keine Ahnung, von was. Aber hier sind Taschen auf jeden Fall. Ja. Und, äh, ich hab da gerade random reingeschaut und da war diese Treasure Chester, ne? Was? Noch nie gehört davon. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Also, benutzt den Lachs mal gerne. Okay, warte mal, was passiert dann? You must own Ark Bob's Tall Tales to access this content. Ah, Geldmache. Das gehört, äh, da will Ark uns, äh, in den Kauf des neuen DLCs reinweiten. Ja, 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 ja. Kaufen wir hier, jetzt, go. Am Ende geht das gar nicht hier auf dem Web, sondern da muss Coach Earth zocken. Höstwahrscheinlich. Ja, wir haben euch da gefragt, wie lange sollen wir noch hier weitermachen? Wann sollen wir in das nächste Projekt wandern? Und da haben wir wirklich sehr, sehr viel Feedback bekommen. Viele von euch, äh, meinten, wir sollen alle Bosse noch machen und, äh, dann den Overseer besiegen. Der Overseer, Digga. Ich kann mich nur an einen krassen Endboss erinnern. Den haben wir richtig hardcore verkackt. Ich glaube, das war auf Aberration dieses Tentakel-Monster in der Mitte. Kannst du dich da noch dran erinnern? Dann haben wir im Livestream gezogen. Ganz schwach, ja. Ist das der Overseer, ist das nicht so ein Tentakel-Mann? Ich dachte auch, das wäre der Overseer, aber wir haben ja niemals hier auf dieser Map dann den Endboss gemacht, oder? Das wäre doch komplett neu. Ne, glaube ich auch nicht. Das Ding ist, Muchachos, das ist uns ein bisschen zu repetitiv, wenn wir jetzt die ganze Zeit rumlaufen, die Sachen farmen für den Bossfight, um da reinzukommen und dann den Bossfight eben machen. Ja. Ob wir den schaffen würden, noch mal eine andere Geschichte. Ähm, wir haben uns was anderes ausgedacht. Nämlich, Marvin? Also erst einmal, ne, erstmal Trommelwirbel. Es gibt doch noch eine Möglichkeit vielleicht, wie wir bombardieren können mit dem Tresor. Das ist eine ganz, ganz coole Idee gewesen, auch von dem Muchacho. Oder ich weiß nicht, ob Deko eiskalt die Idee hatte, aber ich glaube eher, dass wir von dem Muchacho. Und zwar, ähm, es gab zwei Sachen. Einmal, bei dem einen müssten wir unseren Quetzal opfern. Was? Dann machen wir einfach den Quetzal voll mit, äh, mit Tresoren. Ballern da überall C4 ran, lassen dann, fliegen dann quasi mit dem Quetzal in die Base rein, dass der Getötelkirche wieder runterfällt, dann können wir zünden. Aber er hatte auch noch eine bessere Idee, bei dem wir unseren Quetzal nicht opfern müssen. Nämlich, wir haben ja... Aber noch nicht verraten, noch nicht verraten. Das testen wir gleich nochmal, wenn du hier bist. Also das ist auch eine sehr, sehr coole Idee. Wir werden es mal auf zwei unterschiedlichen, äh, Art und Weisen, werden wir es einfach mal testen. Ja, wir testen es einfach mal. Und was wir sonst noch vorhaben, also natürlich die, die Base zu raiden. Und was auf meiner Agenda auch noch steht, was so auch, wie ich finde, ein sehr krönender Abschluss wäre, weil wir das noch nie hatten, im Gegensatz, äh, zu manchen Bossen, wäre nämlich ein, äh, Titanothame. Und mit dem Titanothame könnten wir dann nochmal in Data Space, äh, rein yeeten. Und da nochmal ein bisschen für, äh, für Spaß und, äh, Spaß und Freude für die ganze Familie sorgen. Hilfe! Das klingt doch nach einem Plan, oder? Äh, Titanothame und dann, aber meinst du seine Main Base? Ja, da einfach mal reingehen, weißt du? Oder meinst du die Base, die wir hier raiden wollen mit den Quetzalen? Ne, ne, da mache ich, da machen wir was anderes hier. Da machen wir was anderes. Da machen wir jetzt hier die, die Treasure Chest, Treasure Map, das ist das Ding. Und wenn ich draufklicke, ob Tall Tale schwach mich, äh, links geht nicht. Ähm, 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 ja, also können wir versuchen, aber ich denke mal, der Titanothur dürfte auch ziemlich schnell weggeschmolzen werden. Ich weiß nicht, wie viel HP der hat, wenn er getamed ist. Ich glaube, 500.000 hatte der, den ich in so einem Video gesehen habe. Okay, 500.000 ist schon ein bisschen. Aber, das Ding ist, glaube ich, eine Full-Tech Base von Delta da. Und da steht auch so ein Karacho Dontosaurus davor. Ja, also ich glaube, da sehen wir trotzdem kein Morgen. Wird auf jeden Fall interessant. Weil dann abgesehen, müssen wir den erstmal irgendwie hinkriegen. Ja, das stimmt. Kann man, kann man den cry on, wenn man den getamed hat? Das weiß ich eben nicht. Also, normalerweise, Muchachos, äh, könnt ihr mit dem nicht rumlaufen, als wäre heute der große Wandertag. Sondern, äh, der wird nach kurzer Zeit auch schon sterben, weil er nichts essen kann. Und dementsprechend verliert er sehr viel Leben. Aber, äh, wir haben ja hier hoffentlich dann die richtigen Server-Einstellungen, äh, dass wir den, äh, noch ein bisschen, äh, benutzen können. Aber wie genau das jetzt funktioniert, ist das, äh, das erste Mal für uns. Also, es kann auch voll in die Hose gehen, ne? Voll in die Hose. Wir hatten bis jetzt noch keinen Titano, ja. Einer hat sich gewünscht, dass wir die Unterwasserwelt hier nochmal ein bisschen, äh, kennenlernen. Weil wir das ja in Scotch-Earth wahrscheinlich nicht haben werden. Aber, ähm... Ja, ich glaube, in Scotch-Earth gibt es kein Wasser. Ja, Unterwasserwelt, ne, ist genauso wie in Mario damals. Das ist jetzt, es gibt, es gibt bessere Dinge, ne? Sagen wir mal so. Ja, hab ich nie gespielt, weil ich leider ja kein, kein Nintendo hatte. Für den traurigen Moment. Ähm, ja, wollen wir das mal eben vorbereiten mit dem Quetzal? Ja, also ich hab, äh, den schon hier hingestellt. Und würde das jetzt nochmal hier mit einem, äh, Tresor, den ich hier einfach mal rausnacke, direkt testen wollen. Ja, ach so, ich hab ja hier das Raisin. Wo ist denn der Lachs da? Ja, und da. Ja. Hallo? Was, hier kann nichts drauf? Warum nicht? Hä, wieso kann... Wie kann man hier ganz selbst draufstellen? Can't place K-Vault, the structure cannot be placed on the platform. Nein. Oh, come on, Alter. Ey, come on. Das war doch hier unsere Lösung. Kann man da vielleicht ja noch irgendwas anderes, äh, noch hinmachen? Warte mal, dann vielleicht ein Pillar oder so? Ein Pillar und da ein Ceiling drauf? Ist das was anderes dann? Versuch's einfach mal. Glaube ich nicht. Geht nicht! Geht auch nicht? Nein. Äh. Oh, es wär so schön gewesen, ey. Ja, das wär echt lustig gewesen. Also die Idee wär gewesen, den hier hinzustellen und dann die Foundation wegzureißen, dass der dann sozusagen runterfällt. Also das Ceiling, nicht die Foundation. Warte, was wir aber mal testen können, was passiert denn mit einem Tresor, wenn der einfach runterfällt? Weil dann könnten wir ja Fortnite-mäßig uns da umbauen, über die Base und da was umbauen. Das geht, glaube ich, nicht wegen, äh, wobei, ey, weiß ich nicht, wegen Stabilität quasi, weißt du? Ja. Kannst ja nur, ich glaub, drei, zwei oder drei Ceilings kannst du zur Seite bauen, dann musst du wieder ein Pillar bauen, oder? Aber was passiert mit so einem Tresor? Weißt du, weißt du, was da passiert? Ich weiß es nicht. Also, ich hätte jetzt gehofft, nach der Theorie, die wir das machen sollten, dass der einfach runterfällt halt, ne? Ja, wir werden das jetzt mal testen, Muchachos. Ich weiß nicht, ob ein Tresor einfach so auf dem Boden liegen kann. Oblapp. Wir testen das mal hier. Wir sind jetzt die Mythbusters, ne? Ähm, dann mach ich mal irgendwie drei, vier Wände und dann einfach ein Ceiling drauf, ne? Noch mal so drei. Mach eine Wand und ein Ceiling drauf. Ja, das muss ja schon irgendwie von oben runterfallen. Ja. Ja, nee. Naja, fällt ja von oben runter. Ja, aber so, nicht nur so eine Etage, sondern gleich drei dann, weißt du? Und da haben wir dann zumindest zwei. Okay, du willst ein bisschen Effekt haben. Ja, natürlich. Warte, du kannst aber deinen Turm hier nehmen, oder? Nein, den werden wir nicht benutzen, hab ich auch gerade schon gedacht, aber nein. Das ist mein legendärer Hexenturm. Ich kann einfach von hier aus runterfallen lassen. Bei mir. Warte, ich bin doch schon fertig, Deko, ich bin doch schon fertig. Geh ich mal hier drauf. So, warte, noch mal ein bisschen weg, warte. Nicht, dass er jetzt auf die Wand drauf fällt. Ich muss ihn noch weiter außen hinstellen, weißt du? Bleib mal da stehen. Warte. So. Loil. Der Trisor ist kaputt. Der geht einfach Insta kaputt. Ey, please. Der ist wirklich overweight, Alter, weil ich die ganze Scheiße habe, die da drin war. Aber jetzt wissen wir, jetzt wissen wir, dass das nicht geht. Es war eine nette Idee, aber Ark hat sich da scheinbar schon gedacht, so, nee, das wird exploited wahrscheinlich, ne? Und, äh, ja. Das funktioniert nicht. Dann müssen wir, Plan B, everyone, das so machen, wie wir es eigentlich vorhatten, ne? Wir müssen die Brachios reinlachsen. Und das wird jetzt wirklich, äh, a Gaudi, sag ich dir. Das wird ein richtig schwerer Gaudi. Also, ich glaube, es wird nicht klappen. Du, wieder dein Pessimismus hier. Also, meine Idee ist jetzt, dass du über die Base fliegst. Dann machst du auf alle Brachios, die du vorher in deine Gruppe gehauen hast, keine Ahnung, wie das geht, machst du Folgen, dass sie in die Mitte laufen, weißt du? Oder auch hier angreifen, das funktioniert nur leider sehr selten. Und dann laufen alle in die Mitte, ich aber so in zweiter Reihe, damit ich nicht, äh, targetiert werde. Und, äh, gehe dann mit einem Stampfer schön drauf. Oh, ist das mir ein bisschen zu nah, Deco? Mir ist das mir ein bisschen zu nah. Deco ist mir zu nah. Kannst du nicht von hier einfach Brachios runterschmeißen? Soll ich das mal mit dem Viertausender testen? Ja. Okay, dann flieg nochmal nach Hause. Ich habe hier nämlich nur den guten. Eigentlich brauchen wir dich auch noch auf den Dino, ne? Weil du musst eigentlich auch nochmal so einen Lachs da reinlösen. Im besten Mal mit zwei Stampfer. Ja. Die Frage ist, wie geht das? Soll ich dir einfach ein, soll ich dir den Brachio in der, in der Cryo-Scheiß geben und du wirfst ihn dann auch in zweiter Reihe und springst dann da noch auf? Wäre das eigentlich das Schlauste, ne? Das wäre, ich springe oben von Cell runter und ich flieg am Brachio vorbei und sterbe einfach. Der muss schon nach unten, hier. Der hat zwar schon 7k weniger, aber das wird schon irgendwie funktionieren. Hat der... Hat der... Äh... Den Sackler? Ja. 39.000. Ah, 32.000 nur. Man könnte auch mit einem guten Stego starten. Den einfach da reinwerfen. Soll ich das mal testen? Einfach mit so einem... Ah, ich habe hier nur so 7.000 Stegos leider. Babyfutter habe ich hier. Ein brontosaures Babyfutter. Haben wir noch, äh, gute Stegos? Ja, auf jeden Fall. Müsste doch eigentlich noch irgendwo sein, oder? Ja. Also hier haben wir... Da haben wir auch welche? Ja, der hat nur 6.000 HP. Auch nur 6.000 HP. Die haben 41 Punkte, aber die haben echt wenig HP. 12.000 hat der hier. 13.000 hat hier einer. Ich glaube, das wirkt für uns aber einfach nur wenig, weil wir anderes gewohnt sind. Ich schmeiße ihn dann kurz raus. Du musst auf jeden Fall auf die Panzerplatte umstellen. Aber da sind sie doch, oder? Wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen Sattel. Einmal nachschauen. Stego. Ja, dann geht es jetzt los, Muchachos. Also, ähm, wir wagen es jetzt mit der Base. Hier ist noch ein zweiter guter Stego. 20 Folgen vorbereitet und jetzt geht es hier rund. Muchachos, jetzt geht es wirklich. Ich glaube, wir kriegen das easy hin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es funktioniert. Du nicht? Nicht, Digga, warum nicht? Also, ich schmeiße, ich werde von oben... Am besten wäre es sogar, ich würde von oben beide Stegos reinschmeißen. Das geht natürlich nicht. Nee, geht nicht. Ähm. Wir müssten einen Stego von oben reinschmeißen. Und dann ich mit dem Bronto vielleicht nachwerfen. Einen guten. Und dann die Brachios reinpfeifen. Und dann selber nochmal schon auf unseren Brachio nachreiten. Ja. Also, wir machen das so. Aber der zweite Stego muss irgendwie auch noch rein. Naja, wir machen das so. Wir brauchen den Tank. Unsere Brachios haben wir beide schon draußen. In der Nähe von der Base. So nah, wie es geht. Dann schmeißen wir die Stegos rein. Die guten. Dann machst du Follow alle, dass die da hinrennen oder angreifen. Whatever. Die müssen da angreifen. Und dann, keine Ahnung, kannst du vielleicht deinen Lachs auf Passive stellen. Und springst mit einem Fallschirm runter zu dem Brachio. Also, an der Main Base sehe ich tatsächlich relativ wenig Tech Turrets. Okay. Da ist, glaube ich, nur einer pro Seite. Jetzt gibt es aber auch nur sieben, ne? Nee. Es stand doch irgendwie da, wie viel es gibt. Ja. Also, ich sehe es gerade nicht. Kann ich gleich nachschauen. Aber es sind drei pro Turm. Ja. Und dann noch einen pro Seite an der Main Base. Also, zehn. Mindestens. Die einzige Sache, die wir vorher jetzt nochmal testen müssen, Deko, das kannst du auch in der Nacht machen. Und danach können wir in den Angriff starten. Dass du ein Stego von da oben runterwerfen kannst. Ob das funktioniert. Okay. Oh, fuck. Nein. Nein. Deko, Alter. Ey. Äh. Ähm. Äh. Äh. Äh, ja. Digga, warum? Ich war wohl zu nah dran. Äh, ich sag's hier auch vorher noch, ey. Okay, komm zurück. Wir müssen jetzt, dann müssen wir jetzt gleich angaben. Wir warten jetzt auf den Tag. Wir können mit dem Quetzal dann, äh, über. Ja, wir müssen mit dem Quetzal machen. Ach, Digga. Ich bin da zwölf Trilliarden mit rüber geflogen, halt. Und nie war ich zu nah dran. Digga, jetzt müssen wir wirklich. Jetzt müssen wir alles oder nichts, äh. Digga, nochmal 40 Level. Oh mein Gott, den werde ich alles so reinbauen. Digga, ich bin auf Nata von drei Sekunden tot. Ja, normal, Alter. Was denkst du? Da waren 15 Tag-Tourals, ey. Aber ja, dann heißt es jetzt, Muchachos, äh, Zähne zusammenbeißen. Wir gehen da jetzt rein, ey. Wir gehen da jetzt rein, die Stegos sind ready. Aber, ja, wir müssen es trotzdem nochmal kurz testen mit dem, mit dem Quetzal, ne. Ich schmeiß da jetzt mal irgendwie ein. Ich hab aber gar nicht dafür gar nicht da hinfliegen müssen, ne. Ich hätte es einfach von über den Face machen. Ja. Ja. Der fällt aber auch gerade runter, muss man sagen. Also, der, der fliegt da nicht wie so ein Pokéball noch so richtig viel weiter, sondern, äh. Der fällt in gerader Linie, ne? Ja. Gerade Linie nach unten. Okay. Ich kann, ich, ich kann halt echt nicht einschätzen, wie schnell die Tyrets unsere ganzen Dinos da wegkriegen werden. Also, wenn wir einen Stampfer hinkriegen, würde ich sagen, sind die Erfolgschancen bei gleich sogar über 50%. Oh, ist aber, ist aber gut. Das gefällt mir, Digga. Wenn wir einen Stampfer hinkriegen. Ja. Ohne Stampfer, null. Muchachos, es geht los. Jeremy, bitte epische Musik einfügen. Wir wagen jetzt den absolut kranken Raid gegen Tech Turrets. Hatten wir noch nie. Mit einer richtig genialen Idee. Wie gut die Idee, wie genial die Idee ist, das wird sich noch erweisen jetzt. Wir sind die Kommander. Kriegen wir hin, Deko, kriegen wir hin. Ähm, ich habe Fallschirm dabei. Ich habe dabei mein Gehirn, um gleich agieren zu können. Ich habe alles dabei, um zu glänzen. Wie machen das jetzt wahr, Digga? Wie machen das jetzt wahr? Die Brachios stehen bereit. Ich habe mein Gehirn zu Hause gelassen. Ja, das glaube ich. Auf dem Quetzal bin ich. Du längst, Digga. Ich habe Angst, dass ich Fehler mache. Ich habe gerade schon eingemacht. Ja, aber du weißt nur ungefähr, wo du abgeknallt wurdest dann. Ähm, ich habe jetzt nochmal assigned auf Move to, all move to, also ein Bewegungsbefehl. Auf T. Das heißt, wenn ich T drücke, sollten eigentlich alle Dinos in Reichweite dann zur Base marschieren. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir sie alle auf Follow stellen. Ja. Da entsteht Lucifer. Ja, warte, ich muss hier den Steg noch rausholen, den einen. Und da noch Kuchen reinballern. Das ist eigentlich der Steg, den ich rausgepackt habe für Deko, dass ihr den testet mit der Riognata, die jetzt leider, rest in peace, im Insektenhimmel ist. Und dann ab nach oben, Deko. Oh mein Gott, ey. Schön nach oben steigen so. Genau, 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 genau. Oh mein Gott, es geht los, Digga. Es geht los, ey. Warte mal. Fallschirm auf sieben, auf sechs. Ich hab Fallschirm auf eins. So, wir jetzt schon mal pfeifen. Okay, wir würden es loslegen, ne? Oder fliegen wir erst drüber und schmeißen die Steg aus der Sonne, ne? Ja. Wobei, teste mal diesen Move to. Dann müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Das könnte vielleicht von der Reichweite her schon zu beschissen sein, aber ich versuch's mal. Äh. Ich hab gepfiffen. Bewegt sich überhaupt nix. Dann mach ich mal den hier. Äh, hau dich mal drauf. Nicht, dass der jetzt da hinrennt. Attack geht auch nicht. Dann müssen wir follow machen. Okay, dann müssen wir jetzt wirklich follow, 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 follow machen. Du musst das, äh, ja. Oh, shit, ey. Nur mit jedem Einzelnen wird das jetzt schwierig, ne? Oh mein Gott, fall ich runter? Wo bin ich? Wo bin ich? Du bist auf dem Flügel. Oh mein Gott, viel Leute. Chill, 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 bro. Warte, warte, warte. Ich stelle über das Haus erreichbar ist, dass du da fällst. Ich seh nichts. Ja, was machst du denn? Oh mein Gott, äh, ich hab so Angst. Ja, bewegt sich. Okay. Bewegen sich beide? Hast du den links im Wald schon? Ich hab keine Ahnung. Hab ich den? Ich seh da auch keinen gerade. Aber da hinten, ne? Da steht noch einer. Wie ist denn? Sein Kopf guckt so ganz leicht aus den Bäumen raus. Ich glaube, die sind so weit weg. Ich schau kurz nach. Die anderen bewegen sich alle. Ein Juvenile-Brachio ist er noch. Der ist nicht auf follow. Die Reognator-Leiche. Erfekt auf dem Stein drauf. Dann nimm du vielleicht nochmal den anderen Bronto. Kannst du den noch follow machen? Ich muss, wie geht denn jetzt rein? Welchen? Irgendeinen. Da sind wir alle. Scheiße, den Brache, den Lucifer wollte ich eigentlich nicht. Meinst du, das ist jetzt von der Höhe in Ordnung? Ja, das müsste eigentlich okay sein. Okay, es geht los, Deko. Bereite den Steko vor. Ja, Steko ist ausgewählt. Steko fliegt. Und dann würde ich sagen... Deko ist runter, wa? Und ab geht's, Deko! Ja! Einer ist oben! Der Steko ist oben von dir! Aua, nein! Digga, die haben mich gefokust. Ich bin tot. Nein, du bist tot? Ja. Nein! Die, die, die Fokus sind spielern. Auf den Fallschirm bin ich gestorben. Nein, 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 nein. Fuck, fuck, fuck. Kommst du auf dem Brachio drauf? Ja, ich bin, bin gerade am überlegen, wo sind leider... Nein, nein, sie sind alle tot. Oh mein Gott, das war's, Diga. Ich versuche noch zu überleben. Bin mit dem Steko jetzt runtergesprungen. Alter. Oh mein Gott, die machen echt nicht viel Damage, 22 Damage nur, aber alle Brontos sind tot, ich habe aber, die Stegos sind es, mit dem Stegos können wir das Eiskert hinbekommen, ja hätten, ja, soll ich dann nochmal hingehen, ich habe ja keine, ich habe ja sonst nichts, fuck alter, ne, aber alle Brachios gestorben jetzt, ja, und die haben es nicht mal irgendwie easy dahin geschafft, aber ihr kriegt immer noch Damage, Der, der tankt so heftig, der tankt so heftig, Brüdi, den hast du auf den Quetzal drauf geworfen, den habe ich, ich habe einen runtergeschmissen, aber auch die, die Geschütze angefangen zu schießen, guck mal, die schießen immer noch auf den Stegos, ja, und ja, ja, ähm, das hat leider null funktioniert, aber auch, weil diese komischen Befehle in Ark super scheiße und random sind, muss ich mal dazu sagen, War natürlich jetzt nicht der einzige Grund, aber, ähm, wir können es Oldschool mit den Stegos schaffen, Dego Achso, dass du, ja, aber selbst die folgen ja, also ich würde sagen, ähm, wir können Die Stegos vorschmeißen, damit die, damit die Geschütze die tanken, äh, ja genau, und dann mit dem Brachio rein marschieren Ne, ich würde es Oldschool machen mit dem Stego, mit Raketenwerfer und Stego Ja? Ja? Aber ich glaube, das geht überhaupt nicht Ich glaube, wenn du auf dem Stego drauf sitzt, stirbst du wegen dem AOE-Schaden Haben wir doch sonst auch mal gemacht, oder nicht? Ja, aber nicht gegen Tech-Turids Tech-Turids mit dem AOE-Schaden Ja, ich, du glaubst gar nicht, wie die gerade auf meinen Arschloch gefeuert haben, Alter Ich habe ja gerade die volle Breitseider bekommen Aber, meine Rüstung ist noch einigermaßen in Ordnung Digga, dass alle Brachios tot sind, nein, ey Alles tot, Digga Ich hoffe, du hast nichts Wichtiges dabei in deinem Equipment Ich hatte eine volle Rüstung dabei Und sonst nur Essen und Trinken und Falsche haben und so Ja, also es ist nach wie vor Stego-Action, ne? Also das war jetzt leider ein Schuss in den Ofen Ich würde sagen, in der nächsten Folge Testen wir das nochmal mit den Stegos Wir haben doch keine Stegos mehr jetzt, oder? Och, Brudi, wir haben doch richtig gute Also Stegos ist nicht das Problem Die guten Sättel, das ist das Problem Aber ich glaube, da sollten wir eigentlich schnell fertig werden Ich schmeiße den nochmal kurz hin Guck mal, der hat richtig geschluckt Und hat trotzdem noch eigentlich die Hälfte fast an Leben Ja, also der hat Gut auf die Phrase bekommen Und hat den 176er sogar nur Guck mal, der andere, der hatte 250 Rüstungen Ich glaube, der tankt wahrscheinlich die Scheiße immer noch Der 176er war meiner Der war doch oben drauf, oder was? Der war oben drauf, ja Ich stand am Rand der Plattform Und hab den genau runtergeschmissen Mit dem bin ich dann, wie gesagt, noch runtergegangen Als alles gefallen ist Aber dass es Turils gibt, die Spieler fokussen Das ist natürlich böse, ne? Ja, also klar gibt es Turils hier Ich hab mir nur gar nicht dran gedacht, ne? Ja, der gute Delta mal wieder, ne? Natürlich da auch Turils dabei sind, die einfach nur Spieler fokussen Ich war gerade auf dem Weg da zu einem Brachio-Hals, um draufzusetzen Und dann wurde ich weggesäbelt Ja Komplett Also, das hat leider nicht so funktioniert Deko hatte recht Ich hatte zu viel Mut Ich hab mir zu viel Mut angesoffen, glaube ich Alter, Junge, ey Ey, die Brachios Die Brachios waren ja wirklich schneller down, als ich dachte Ja, weil die keine Rüstung haben, ne? Die Rüstung macht's halt Ja, das stimmt Wie sieht denn der Sattel aus von dem Stego? Die bekommen ja mittlerweile auch Schaden Oh, stimmt Boah, der ist ja nicht mal angekratzt Also, wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Leder Also, eine Session bräuchten wir noch, eine Session Vorbereitung Gucken wir mal kurz rein Um ein bisschen Leder zu holen Weil, komm mal, 1300 in der kurzen Session habe ich da mal wieder organisiert Wir brauchen auf jeden Fall noch so ein, zwei Stego-Sattel Und dann kann man da vielleicht sogar zu zweit reingehen von einer Seite Wie gesagt, ich hab geschluckt wie Mhm Ja, aber wie lange? Auch relativ lange Also, ich bin ja, wie gesagt, von der Base dann auch noch weggelaufen So, ne? Also, bestimmt so 15 Sekunden, 20 Sekunden Und wenn wir Ja Und wenn wir erstmal den Eintauer machen Diesen Außenposten und dann reingehen zusammen Dann kann das was werden Ja, dann kann das was werden Aber das war echt Das war ein Schuss in den Ofen Also, das war jetzt leider, ähm Ja, ich dachte, das wird easy Aber Nee Okay, okay Muchacho, soweit der Plan Äh, es hat komplett nicht funktioniert Leider natürlich auch, äh, mit dem Äh, Tresor-Bombe-Bomberino Das, äh, war nix Ähm Ja, haut uns gerne, falls ihr jetzt Äh, Learning sammeln konntet Aus der Aktion Gerne noch was in die Kommentare Was ihr denkt, was vielleicht auch noch helfen würde Bis zum nächsten Mal hingauen Und, äh, ciao, ciao Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020